Wie heißt eigentlich das aktuelle Erdung bei WoW? Shadowlands Und als nächstes kommt Dragonflight Heißt das so? Ich meine, Dragonflight kommt als nächstes Aber gerade ist noch aktuell Shadowlands Hey, ich weiß was bei WoW Ich weiß nicht viel, aber Ich bin beeindruckt Ja, ne? Ohne Witz, ich auch Ich auch Äh, verkaufst du es nicht so schlecht? Und Jack hat das im Moment verschenkt Ich habe keiner Das weiß ich schon wieder nicht Zu wachsam Jetzt muss man nicht mal das sie verschenken Und Josie Hallöchen Hi Hehehe Hehehe Stimmt Und Classic wird's Wird auch der Lash King Da kommt ja auch das nächste So Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Also komm, spielt bei WoW Kommt alle aus Sorry Stuart Sorry Stuart Mein, 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 mein Bot mag das nicht Es tut mir leid Kann ich, warte mal Kann ich hier rüber dein Ding jetzt aufheben? Ja, ich kann's aufheben Kannst du leider nicht sichtbar machen mehr Kannst du leider nicht sichtbar machen mehr Aber mein, mein Bot ist gegen alles was, äh, ne? Wie in dem Internet da draus aussieht Ich tut mir sorry Ähm, achso, die Steine Oh Gott Ich wollte gerade fragen Was muss ich machen? Aber ich bin ja hier noch bei den Steinchen Denn als Client habe ich das Eldon geschenkt bekommen Ich darf euch Bloß ich darf einen Scharf Max bringen Ah, okay Ja, gut Das weiß ich halt nicht Weil Shadowlands hab ich ja damals gekauft Als es rauskam Ich hab ja Shadowlands quasi zu dem Zeitpunkt gespielt Ach du Scheiße Ähm Als es rauskam Also Ich glaube ein, zwei Monate bevor Shadowlands kam Habe ich Angefangen Gott, ich fresse dich Was kannst du machen? Finsterbrecher-Zitadelle Ach du Scheiße Kann ich da nicht alleine rein? Du führst deinen Unfall willig einfach zu irgendwas dazu gelotst Auf geht's Hi Ich beschäftige die Ogre, während ihr sich zur Strecke bringt Hi Ihr NPCs NPC seid ihr ja Ja Ja, seid ihr Weiß ich nicht, ob man das hätte zusammen machen können Wahrscheinlich Also ich glaube ich war hier tatsächlich auch mal mit Leuten drin Wissen tue ich's nicht Oh Gott Keine Ahnung Ich muss zuerst etwas anvisieren Ich hab hier von Tun und Blasen keine Ahnung Ich hab aber wirklich was gemacht Nur wenn man auf der Insel ist Ah ok Wir haben sie fast alle erledigt Ja gut Weiter heil diese nekrotische Energie Das Ritual muss fast abgeschlossen sein Ja, Kitty war leider nicht mehr auf der Insel Oder ist leider nicht auf der Insel Ich muss zuerst etwas anvisieren Shooja Brecker Hui 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 Ich krieg das auch alleine hin Hoffe ich Wenn ich liege hier tot in der Ecke Ich habe kein Ziel Hallo Renn vor Das wird schon I mean Wohlpower Und keiner darf Äh Da Insel starten leider Aber ich stehe mir in Orgrim herum Und schaue dass wir ungefähr gleiches Level sind Äh Ich schätze mal ich geh mit Level 10 raus Ist jetzt einfach mal meine Vermutung Level 9 bin ich schon Das ist eine von Gorghoffs Leibwachen Das ist eine von Gorghoffs Leibwachen Wie lautet unser Angriffsplan Angreifen? Ihr schlagt zuerst zu Ich komme hinterher Bummisch Niemand versperrt uns den Weg Ich bin nicht Ich bin nicht Du noch an Wir angreifen Ich bin nicht Aufhalten Ich beschäftige ihn Schuja Heile unsere Wunden Zu Befehlen Autsch Lock da Ich geh ja schon Ich geh ja schon Ich geh ja schon Autsch Ich bin nicht Gorghoffs Autsch Autsch Voll aufs Gesicht Dumpst winziger Bogen Los weiter Gorghoffs kann nicht weit sein Ich bin meinem Lörg Alles klar Zurett Dankeschön für deinen Lörg Ich bin ja noch lange da Tatsache 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 noch lange da Tatsache noch lange da Ich habe kein Ziel Ich brauche ein Ziel Ich muss zuerst etwas anvisieren Ich meine wir Ich müsste in Orgrimma landen Meine ich War zumindest damals Bei einem Schasso Glaub ich Bei einer in Orgrimma Ich habe kein Ziel Glaube ich Hoffe ich Ich brauche ein Ziel Ich muss zuerst etwas überlegen Ich brauche ein Ziel Ich muss zuerst etwas überlegen Ich brauche ein Ziel Ich brauche ein Ziel Ich brauche ein Ziel Ravnir wird euch alle vernichten. Schlagt zu für die Horge! Wir werden das letzte Opfer sein. Er schließt das Ritual ab! Ähm... Ist er besiegt? Nein. Hi! Dummer Ogre! Ihr habt mir viel zu wenig Macht verliehen! Autsch! Lokta! Ogar! Sieg oder Tod! Erbärmliche Sterbliche! Einer Tod wird mich nähren! Wo warte ich, was er dann macht? Da seh ich! Mhm. Meine Gatsche sitzt da einfach mal! Autsch! Autsch! Liebe! Wie? Er wurde besiegt! Die Ogre und ihr Drache liegen im Staub! Und der Himmel strahlt wolkenlos über unserem Sieg! Jo! Sehr schön! Sagt mir, wenn ihr aufbrechen wollt! Ja! Wollen wir! Ogrimmer finden! Horde Verstärkung! Ich wusste sie kommen! Hi! Servus! Und Donnersoldaten! Wir haben versucht, einen Weg durch diesen Sturm zu finden! Oh! Sie steht hinter mir! Susanne! Machen wir diesen Ritualen ein Ende! Stufe 10! Springt auf einen Wiffern und fliegt nach Ogrimmer! Äh... Ja... Was? Verlassen möchtet! Ich bin in keiner Gruppe! Da ist mein Vivan! Ja! Tschüß, Insel! Tschüß! Bye! Hoffen wir mal wiedersehen! Dass diese Rohlinge solche Magie beherrschen! Hätte ich nur mehr Zeit, sie zu studieren! Ich bin froh, dass ihr sie nicht habt! Diese Insel muss sich erholen! Schaut am Horizont! Eins unserer Luftschiffe! So sieht die geballte Macht der Horde aus! Die Ogre sollten besser die Flucht ergreifen! Kommt, Rekruten! Zeit, nach Hause zurückzukehren! Ok! Spanns hiero! Hmm! Jäää! gut da irgendwo hat dienst das wird ewigkeiten dauern ewigkeiten genau wie dieser ladebildschirm ladebildschirm und ladebildschirm du wunderbarer ladebildschirm was anders als ein schwarzes bild ich bin auf jeden Fall irgendwo in orgrimmar ok jetzt kommt der so eine Szene als Symbol für Stolz und Widerstandskraft ist des Schauplatz Regen Handels und Sammelpunkt mächtiger Troppen ihr Rivalen die Herrische Allianz ist eine konstante Gefahr doch kein Feind besteht gegen die furchtlosen Soldaten der Horde obwohl die Heimat der Blutelfen fast an Tragödie und Verrat verloren gingen haben sich eure Leute ihr Geburtsrecht zurückgeholt und streben nach neuem Ruhm Azeroth steht zahllosen Gefahren gegenüber es bedarf kühner Helden um sie zu verteidigen für die Horde hi die Horde lässt niemanden zurück ich muss dem Kriegshäuptling beraten hi hi nja 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 Jaa, die wo ja gerade ein Detschus. Jaa. Hi. Du hast etwas Geld zu verdienen? Ja. Das wäre doch nicht mehr so schlecht. Steinmeister. Und was haben Sie gesagt? Da. Da! Das ist nicht so wie die Richtung. Zeit ist Geld. Wirklich schön Geschäfte mit euch zu machen. Mann ist das weit. Bleibt nah an mir dran! jetzt war die stadt latschen alle leute von bedeutung machen hier geschäfte ist zwar staubig und heiß und voller grimmiger jetzt keine abkürzung ich will einfach nur reiten mehr will ich gar nicht mönchereitiere wie lange wollen sie latschen ww den weg würde ich niemals wieder erfinden ja fahrt ihr mal alle ich verlaufe mich jetzt schon die stelle sind nur noch den hügel da hoch auch nur noch ok ich finde den namen nur noch sagte er nur noch dass ein halber weltmarsch ist hatte nicht gesagt den weg finde ich doch niemals wieder kraft und ehre gesundheit und die fähigkeit unerfahrenes reiten jub lernen juhu schnelles bodenreiten ab stufe 20 endlich bei uns zuck zuck da du kuckoo gaga was habe ich denn alles das da 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 warum habe ich bei denen mehr als bei der allianz und die hier die kommen ja auch noch dazu katze da noch mehr das da bereit etwas gold zu verdienen lasst uns einen ausbilder finden um eure fähigkeiten zu spezialisieren Wett. Kannst du dich vorausfahren? Das will ich doch nie. Ich bin jetzt schon überfordert. Wie geht's? Ach ja. Ach ja. Oh. Ja. Ja. Ja, Schatz. Ja. Genau. Die Sonnebundfunden, bitte sagen, ich muss die Wander zu töten. Ich muss den fassungsfähigen Fährten dieses... Äh... der diese trommeln benutzt kann also bitte auf wechseln konnte man das ja zwischendurch oder okay gut ja genau deswegen frag ich nämlich hierzu würde aber menschen auch zwischendurch bei hier auf wechseln wollen weil ich das noch nie gemacht habe aber ich will jetzt pet petchen haben also tierchen haben deswegen habe ich so blöd gefragt und hallo daki ein wunder wunderschönen guten morgen dir ja gut das dauert das dauert jahre ja gut frau ich hab's der wittschweif wartet ihr könnt mir ein ausgeben das ich zum haben wir dort was ob ich überfordert bin welche welten hat es sich verschlagen da durfte den 24 stunden stream eingelöst hat und wir uns auf die wege einigt hatten ww und wir werden burning crusades spiel ich bin ein ww noob und das wird auch nicht häufig vorkommen deswegen spielt meistens privat privat lese ich auch ich habe ein bohren feilspitze für euch tun lebt wohl gebt mir erfahrung ich habe nachricht euch in der feste grommasch bereit etwas gold zu verdienen ich wusste immer dass ihr berühmt werdet passt auf euch auf und liegt beim kriegshäuptling ein gutes wort für mich ein zufälliges lieblingstier bitte ich wechsle gern zufällig mal tierchen und dann wird es aber sehr lang heute ja er ja wird es ein langer stream ich werde morgen auch da niederliegen glaube ich also morgen gibt es tatsächlich kein stream für alle die fragen es gibt kein stream ich schlafe morgen dienstag gibt es dann wieder wie geplant unterhalte niklas ein wunderschönen guten morgen dir jetzt kommen sie alle jetzt machen sie so langsam alle auf schön noch geht es mir gut niklas noch geht es mir gut müsste das jetzt nicht eigentlich dinge starten wenn ich mit dem hauptling rede ja ist normal das battle for athera startet das dann das war doch das ding was für shadowlands kam oder ich frag für ein freund wenn ich das angeben annehmen nehme ich sie nicht automatisch ja battle for athera okay haha muss ich das annehmen oder kann ich schon zu dingens ich muss das wahrscheinlich erst noch annehmen ich habe keine ahnung ich habe es dann so gezeugt und dann habe ich bis jetzt geplant okay weil ich will das noch nicht annehmen es spammt mir nun mal eine komplette seite hierzu also kann mich da einer hinbringen ich weiß nicht wo ich hin muss ich weiß nicht wo ich hin muss ich weiß nicht wo ich hin muss wo muss ich hin wo muss ich hin hi grüppchenbeirung ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung Grück du fließt du bist denn ich wollte schon ich gucke ich komme ich komme ich komme ich komme ich da da Pommes ja sofort 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 naja da sind wir bei hallo oder tschüss ich verliere den überblick wie schön okay ich glaube ich muss die quest tatsächlich erst annehmen ja ich muss erst einen kriegshäuptling treffen also ich muss die quest erst annehmen woher kann ich woher kann ich da nicht okay alles gut ich weiß jetzt wo es ist benutze ich eure punkte ich hoffe dass ich es danach wieder entfernen kann konzentriert euch auf unsere mission klickshäuptling hier ist der erwähnte recruit dient mir hallo hi 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 mhm ich werde sie gut nutzen mhm wenn wir die allianz besiegen wollen hi 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 mhm schlucki nathanos klärt den neuankömmling über die mission auf gewiss meine königin wir werden euch nicht enttäuschen ganz sicher nicht hi mhm das ist ich habe g auf die nerven macht euch nützlich Ja gut. Ich will damit aber nicht. Da ist das Brett. Nee, kann ich nicht. Kann ich tatsächlich nicht. Momentan ist hier nichts Interessantes angeschlagen. Ich will das aber nicht machen. Ja. Die Frage. Achso doch, ich komme ja wieder zurück. Ich habe ja das Gasthaus-Dingens gedöhnt. Aber wie weit muss ich das jetzt spielen? Um das andere nutzen zu können. Weil es ging doch mal, dass man das dann auch einfach nur ansprechen muss und dann... Ich zock' heute nur WoW. Weil es ging doch mal, dass man es nicht komplett durchspielen muss. Weil einmal hatte ich das ja schon geschafft. Und dann konnte ich ganz normal das andere spielen. Ich werde mal besser auf Ätherauss nicht spielen. Also wie gesagt, einmal hat es geklappt. Aber halt auch... ...nur das einmal. Wie tue ich das? Ja, mach ich das schon. Wenn ich Rechtsklick mache, Quests nicht mehr verfolgen. Questdetails öffnen. Jetzt Verfolgung ausblenden. Jetzt ist es aber immer noch drin. Beobachten. Es geht tatsächlich nicht. Ich weiß, dass es mal ging. Bei einmal hatte ich es schon geschafft. Ich hoffe, ihr verschwendet nicht meine Zeit. Einmal hat es schon geschafft. Wir werden die Allianz in die Knie zwingen. Hm. Egal, ich mach erst mal. Ich habe ja eh keine Wahl jetzt gerade. Vielleicht reicht es, wenn ich nur die eine Quest mache. Und dann abbrechen kann. Ja, will ich nicht. Hm. Die sehen, guck ich mir nicht an. Ich will mich nicht spoilern. Aber nicht reicht der Prolog. Ey, ich skipp alles. Mich wundert es halt, dass es nicht geht. Weil einmal habe ich es ja schon geschafft. Es sei denn, sie haben es geändert. Weil wie lange habe ich keinen neuen Scham mehr erstellt? Raus damit. Es wäre die Frage, wenn ich jetzt zurückkomme. In der Änderungen. Das ist auf jeden Fall das neue Quest. Ja, da hatte ich auch auf der Insel gestartet. Was wollt ihr? Damals hatte ich da auch auf der Insel gestartet. Ähm. Jetzt. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich dann hier wieder zurückkomme. Hi. Servus. Grüezi. Da ist auf jeden Fall das Request. Schauen wir mal. Mehr als versuchen kann man ja nicht, ne? Hui. 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 Dieser Vogel, ey. Hui. 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 Uh, wie ist der cool. Uh. Uh. Machen wir mal, Luki, Luki. Machen wir mal, Luki, Luki. Wie viele Quests wollen sie in einem Raum haben? Also die Quests waren vorher zumindest nicht da. Für die Horde. Hölle Schrei, beobachtet euch. Ich gucke einfach gerade nochmal. Tom K., bleib stark. Aha, 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 aha. Aha, 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 aha. Tadaa! Okay. Geht. Gott. Was für ein Akt. Hui. Was für ein Akt. Wie kompliziert wollen sie es haben. Jo, we. Yep. Ach, wahrscheinlich muss ich die eine Quest dafür annehmen, ne? Oder? Oh, nee. Hier. Sehr schön. Dachte gerade schon wieder. Äh. Das hier wär's dann, ne? Portal zur Scherbenwelt. Oder? Ja, nein, vielleicht. Okay. Juppi. Ich bin ein bisschen nassamer, weil ich die Texte überfliege. Also ich lese sie nicht vor, ich überfliege tatsächlich nur. Mhm. Ja, von was weiß ich? Okay. Ja, ich hab mein Kätzchen. Wah! Reiten will gelernt sein, ne? Ja. Ja, einfach so. Ja, wenn ich dir. Ja, ich hab mein K fantastic. Untertitelung des ZDF, 2020